Was ist eine quantitative Blutuntersuchung? Wenn eine Frau schwanger wird, produziert ihr Körper das als humanes Choriongonadotropin, HCG, bekannter Hormon, um eine Plazenta um das sich entwickelnde Ei zu bilden und aufrecht zu erhalten. Ein qualitativer Blut- oder Urintest misst lediglich, ob HCG vorliegt und ist die übliche Methode für Schwangerschaftstests. Im Gegensatz dazu wird bei einem quantitativen Bluttest die Konzentration gemessen, bei der HCG auftritt, um den ungefähren Fälligkeitstermin zu bestimmen und ob Anomalien oder Fehlgeburten auftreten können. Die HCG-Spiegel steigen nach einem ziemlich vorersagbaren Zeitplan an, bis Frauen im fünften Monat schwanger sind, und dieser Wert bleibt bis zur Geburt erhalten. Nach Angaben der American Pregnancy Association haben etwa 85% der schwangeren Frauen einen HCG-Spiegel, der sich alle zwei bis drei Tage verdoppelt, bis zum Ende des ersten Trimesters, wenn diese Werte sich nach etwa vier Tagen zu verdoppeln beginnen. Da diese Zahlen ziemlich vorersagbar sind, können Ärzte einen quantitativen Bluttest veranlassen, um die Wahrscheinlichkeit einer Vielzahl von Problemen zu messen. Die National Institutes Aufhält unterhält eine Liste geeigneter quantitativer Bluttests, basierend auf dem Zeitraum, in dem eine Frau schwanger war. Wenn der Test zu niedriger HCG-Werte zeigt, kann dies zu Fehlgeburten, teilweise Fehlgeburt oder Eileiterschwangerschaft führen, was bedeutet, dass sich der Fötus außerhalb der Gebärmutter entwickelt? Ein weiterer Satz möglicher Probleme oder Überraschungen könnte angezeigt werden, wenn die Konzentrationen zu hoch sind, von Krebs über innere Mullen bis zu Zwillingen oder mehr als zwei gleichzeitig entstehenden Füden. Bei Verdacht auf ein Down-Syndrom wird ein quantitativer Bluttest zusammen mit anderen Tests durchgeführt. Es wird auch regelmäßig verwendet, um das Fälligkeitsdatum einer Frau zu bestimmen, bevor ein Ultraschall dieses Datum genauer bestimmen kann. Dieser Test kann je nach Labor und verschreibendem Arzt unter mehreren Namen durchgeführt werden. Serielles Beta-HCG und wiederholtes quantitatives Beta-HCG sind weitere gebräuchliche Bezeichnungen für diesen Test. Wenn ein quantitativer Bluttest zu hohe oder zu niedrige HCG-Werte zeigt, werden sich die Ärzte auf das jeweilige Problem einlassen. Medizinische Bildgebung und weitere Blutuntersuchungen können angeordnet werden, um den spezifischen Zustand eines Patienten zu identifizieren. Follow-up-Tests, insbesondere ein Ultraschall nach fünf oder sechs Wochen, könnten zeigen, dass keine Probleme bestehen, da einige Frauen an normale HCG-Spiegel aufweisen und gesunde Kinder gebären.